Heyo Leute, ich bin's mal wieder, euer Paolo. Heute zurück mit einem neuen Video und zwar heute mal wieder was ganz anderes. Zwar GTA, ja. Aber nicht GTA 5. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass sich das mit GTA 5 so ein bisschen ausgespielt hat. Ihr wisst zwar alle, das Casino DLC soll bald kommen, aber man weiß nicht wann und man weiß nicht, was wieder auf uns zukommen wird. Naja, heute mal ein anderes Video und zwar seht ihr im Hintergrund schon mal GTA 5 Gameplay mit meinem Kumpel. Da haben wir so ein bisschen Scheiße gebaut und so ein bisschen langweilig und das blende ich euch jetzt im Hintergrund mal ein, dass ihr immer was zum Gucken habt. Also, das Video geht darüber, dass ich euch mal ein paar Infos über GTA 6 liefern möchte. Das haben ja schon einige Leute gemacht, das ist auch gar nicht weiter schlimm. Und alles, was ich hier rauslese, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Damit ihr dort auch raufkommen könnt und euch das selber durchlesen könnt, wie ihr natürlich wollt. Ja, wie kam ich dazu? Und zwar habe ich mich mal ein bisschen erkundigt. Und ja, alles, was man jetzt zu GTA noch findet, ist entweder GTA 5 zum Casino DLC oder halt GTA 6, das Release Date und sonstiges. Leider muss ich dazu sagen, dass manche YouTuber das ziemlich krass promoten und trotzdem nicht so viele Views bekommen oder einfach nur Scheiße erzählen. Ich meine, da gibt es Leute, die erzählen, ja, das Spiel kommt dieses Jahr noch raus. Also, da verstehe ich nicht, was der Sinn ist. Es soll, glaube ich, jeder GTA-Fan, dass das nicht so sein soll. Ja. Als allererstes möchte ich euch sagen, man mag das Spiel nicht vor 2020 erwarten. Allerdings gibt es eine neue Info, die habe ich mir auch vorhin durchgelesen. Das verlinke ich natürlich auch in der Videobeschreibung. Das Team von Rockstar Games und Take-Two sagte, dass man auf Veröffentlichung ihres Spiels nicht mehr so lange warten muss. Also, wenn ich mal so sage, auf Red Dead Redemption 2 hat man acht Jahre halt gewartet nach dem ersten Teil. So, und zwischen GTA 4 und GTA 5 liegen nur fünf Jahre. Was das für einen Grund hat, das weiß keiner so genau. Allerdings hat der CEO von Take-Two gesagt, dass man nicht mehr so lange auf die Games warten müsse. Jeder weiß natürlich warum, einfach nur aus Hype. Aus Hype wird mehr Geld, logischerweise. Und deswegen warten die alle so lange. Aber der Publisher von Take-Two sagte, man muss nicht mehr so lange auf die Titel warten, weil acht Jahre viel zu lang sind. Mehr gab es dazu nicht. Heißt also, ob wir das jetzt nur 2020 erwarten können oder erst danach, steht noch in den Sternen geschrieben. Ich denke aber, es ist gar nicht weiter schlimm, weil die Titel von Take-Two, wie gesagt, wurde, die Titel werden dann leider nicht mehr so lang. Heißt also, das Spiel kommt unvollständig auf den Markt. Man kauft es und es wird halt mit DLCs weiter gestreckt. Das Problem an der ganzen Sache ist halt nur, man hat halt kein vollständiges Spiel. Und wie es eigentlich jeder von euch weiß, Spiele, die nicht vollständig rauskommen, sind nie zum Ende perfekt. Ja, das wurde dazu gesagt. So, kommen wir mal zu einem anderen interessanten Fakt. Erstmals mit weiblicher Hauptrolle. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die spricht viele Spiele an. Auch, also warum das auch reingenommen wurde, kann ich mir auch gut vorstellen. Denn GTA war ja immer so ein Titel, wo man gesagt hatte, es ist frauenfeindlich, sexistisch, alles, was es so gibt. Und ich denke mal, jetzt gab es den Sprung, dass man auch eine weibliche Hauptrolle eventuell drin hat. Ich denke mal, es wird so sein, weil das ja des Öfteren vorgekommen ist, dass sich in Spielen beschwert wurde, warum es denn nur männliche Protagonisten gibt oder warum es denn so viele feindliche Anspielungen auf Frauen beziehungsweise Homophobie oder sowas gibt. Ja, finde ich an sich nicht schlimm. Wenn man das unbedingt möchte, dann soll man das doch machen. Allerdings kann man nicht wissen oder nicht genau sagen, ob wir wieder dieses gleiche Schema wie in GTA 5 haben, ob wir nun die drei Hauptcharaktere haben, so zwei männliche und einen weiblichen halt, oder ob wir wie in GTA 4 an einen Hautcharakter gebunden sind. Das weiß man nicht und kann man nicht genau sagen. Genau, was sich auf die Map bezieht. Und zwar müsst ihr das mal so denken, es gab bisher immer ein Remake von jedem GTA. Von GTA 3 war der Remake GTA 4, das war halt Liberty City. So, von GTA San Andreas war es Los Santos, also warum GTA San Andreas auch mehrere Map-Teile hatte und der Remake von GTA San Andreas GTA 5 nur Los Santos war, ist auch ein bisschen, naja, nicht ganz nachvollziehbar, aber okay. So, und jetzt kommen wir mal zum letzten Teil. Und zwar GTA Vice City spielte bekanntlich in Miami, das wisst ihr. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, wie sie die Stadt da genannt haben. Das habe ich schon ewig nicht mehr gezockt. Auf jeden Fall gab es davon noch kein Remake. Das heißt also, dass sehr viel darauf angeht, dass GTA 6 mit GTA Vice City quasi in Verbindung kommen wird und dass dann quasi halt Miami die Hauptstadt, sage ich mal, ist. Es gab auch mal Themen, da sollt ihr das mal in Tokio spielen. Allerdings war das Straßennetz sehr komplex und ziemlich kompliziert und ja, da hat den Rockstar Games gesagt, okay, nein, wir hören lieber gleich damit auf. Das dauert viel zu lange und ja, vielleicht hat er das sogar damit zu tun, dass er sagt, naja, man muss nicht mehr so lange auf ein Spiel warten. Wäre ja ganz praktisch. So, das war sich natürlich die meisten Fragen, abgesehen von dem Release Date. Worauf wird es erscheinen? Also definitiv auf dem PC, ist sehr logisch. Man muss ja natürlich dazu sagen, dieses Spiel, genauso wie GTA 5, braucht eine Menge an Leistung. Je nachdem, also wenn man das natürlich auf voller Einstellung spielen will, braucht GTA 6 natürlich ungefähr doppelt so viel. Ja, und natürlich ist der PC da immer am besten, weil er mehr Leistung verarbeiten kann. So, kommt eine Next Gen. Ja, eine Next Gen wurde schon offiziell bestätigt, also von Sony definitiv. Die PS5 ist im Gange, sage ich mal. Und das heißt also auch, dass GTA 6 definitiv auf dieser Next Gen erscheinen wird. Bei der Xbox bin ich mir nicht ganz sicher, was da kommt. Auf jeden Fall wird GTA 6 dort auch erscheinen und es wird nicht so wie bei GTA 5 sein, dass zuerst quasi auf PS3 und 360 das Spiel kam. Hier wird es also nicht so sein, dass das Spiel noch auf PS4 und Xbox One kommt, sondern gleich auf der New Next Gen, sage ich mal, also auf PS5 und Xbox One, was auch immer. Also da muss man das dann dazu sagen. Dann ist man gleich wieder an einen höheren Preis gebunden, weil man natürlich nur Geld machen will. So, das weiß mein Handy, nicht wundern. Ja, Rockstar Games meinte im Übrigen, dass sie das mit allen Spielen machen wollen, dass man nicht mehr so lange warten muss. Also das ist mal gleich eine interessante Info am Rande. Das ist ja gar nicht so schlimm. Also von Red Dead Redemption weiß man nicht, ob es noch einen neuen Teil gibt. Das wurde natürlich recht gut angepriesen. Das wurde auch gut gespielt, gut gehypt. Aber ich denke, von Red Dead Redemption kommt erst mal kein weiterer Teil, weil die natürlich hoffentlich nur mit der Entwicklung von GTA 6 beschäftigt sind. Und es gibt ja noch ein weiteres Spiel, und zwar ist es Bioshock. Und zwar gab es ein Spiel, Bioshock Infinite heißt das. Das wurde auch 2013 veröffentlicht. Und natürlich warten Bioshock-Fans ganz gespannt auf einen neuen Teil. Da kann man ja die Bioshock-Fans ein bisschen beruhigen. Das hat genau das Gleiche mit GTA 6 zu tun. Und zwar wird der Release etwas vorgezogen, weil sie, wie gesagt, nicht mehr so lange warten wollen. Fragt mich bitte nicht, wie lang. Das wurde natürlich nicht gesagt, da wären sie ja auch schön blöd. Weil dann versteifen die sich natürlich alle nur darauf. Und je länger es geheim bleibt, desto mehr Leute fragen sich, jo, wann kommt es endlich? Wann können wir das endlich holen? Also ihr wisst ja, wie ich das meine. Und es ist natürlich nur die ganze Zeit Geldmacherei. Das muss man natürlich dazu sagen. So. Was den Online-Modus angeht von GTA 6, werden wir einige, und zwar einige, sehr viele neue Features erwarten. Und zwar zum einen, dass wir jetzt Kreditkarten besitzen für unser Konto und auch quasi einen Code dafür. Ich denke, das ist am interessantesten. Das spreche ich jetzt auch hauptsächlich an. Und zwar kann man, wenn man einen Spieler umbringt und der über eine Kreditkarte verfügt, kann man ihn bestehlen, beklauen, wie auch immer. Oder ihn killen. Und dann droppt er seine Kreditkarte. Und wenn ihr so cool seid und es schafft, den Code rauszufinden, könnt ihr einen Teil seines Bankkontos plündern. Ich bin der Meinung, ihr könnt bis zu 25% seines Bankkontos plündern. Ist nicht sonderlich viel. Aber wenn der ein bisschen mehr drauf hat, sagen wir mal 3, 4 Millionen, ist das schon eine ordentliche Menge. Und ich denke mal, das ist ganz praktisch für die Leute, die erstmal nicht so viel Geld haben. Ob das nun wirklich reinkommt, das ist auch eine Frage der Zeit. Aber ich denke, das ist ein ganz cooles Feature. Das wünscht sich jeder von euch. Und jeder weiß natürlich, dass es auch in GTA 5 sehr schwer war, anfangs sein Geld zu verdienen mit den kleinen Jobs. Da hat man natürlich sehr lange gebraucht. Und irgendwann hat sich das natürlich durch die ganzen DLCs gestreckt. Und man konnte mehr machen. Die Unlock Alls kamen. Was in GTA 6 definitiv nicht mehr passieren wird. Also geht ja auch natürlich nicht, weil die Konsolen ja nicht mehr übertragbar sind. Das haben sie ja völlig rausgenommen bei GTA 5. Und bei GTA 6 wird das definitiv nicht der Fall sein. Also Leute, ihr müsst definitiv hart arbeiten. So. Dann gibt es hier noch eine Konzeptmap. Wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Könnte wahrscheinlich Miami sein. Aber viele Leute wünschen sich natürlich, dass mehrere Maps aufeinandertreffen. Dass man eine gesamte riesige Map hat. Und zwar hat man hier zum Beispiel San Fierro aus GTA San Andreas. Das ist San Francisco. Dann hat man Los Santos aus GTA San Andreas sowie GTA 5. Und Las Venturas auch aus GTA San Andreas. Das spielt natürlich Las Vegas wieder. Und dann hat man noch quasi einen, naja, wie soll ich sagen, noch von Liberty City hat man. Dann hat man noch von GTA Vice City halt. Ja Leute, dann habe ich dann natürlich noch eine ganz interessante Sache rausgefunden. Und zwar der Codename für GTA 6 heißt Project Americas. Und es wird stark davon ausgegangen, dass man dann quasi von Miami aus bis nach Südamerika reisen könnte. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man das kann, dass Südamerika definitiv viel mit der Drogenszene zu tun hat. Und dass man da wahrscheinlich mehrere Bandenkriege hat. Oder halt alles, was um Drogen geht. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Und ich denke mal, so würde es dann noch kommen. Wäre natürlich eine ganz interessante Sache, wenn man das könnte. Aber das ist natürlich alles noch aus. Und wir können einfach nur darauf hoffen. Und ja, bis spätestens 2021 können wir uns darauf gefasst machen. Und ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Ich meine, wir haben schon so lange rum. Und bis 2021 spätestens sollte es soweit sein, wenn das Spiel nicht früher kommt. Dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr solcher Videos wolltet, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich riesig über ein Abo freuen. Denn nur mit euch schaffe ich mehr Abonnenten. Und ihr seid natürlich eine sehr gute Community. Also Leute, helft mir dabei. Und schreibt doch gerne einen positiven Kommentar. Je nachdem, was ihr neu wollt. Das könnt ihr mir gerne auch schreiben. Und ich werde versuchen, die Wünsche zu erfüllen. Also Leute, bis zum nächsten Video. Haut da rein. Ciao.